Ah, natürlich geht es um mich! Das tue ich immer. Ja, ja. Ja, in einem leichteren Schwierkeitsmodus ist es ein verschwendeter Platz, aber... Alter, Aua! Boah! Direkt schnell, Psychose. Ja. Hilfe, ich werde schon verfolgt. Ich werde schon von diesem Skinerman verfolgt und sein Gemöbel. Nein, ich finde kein Ding. Gleich durchrennen und in ihren Schutzraum hinein. Ja, ich finde kein Gegenmittel. Volle Psychose. Ich bin schon fast da. Bleib bei mir! Da, hallo! Da! Da! Bibi! Ja! Achso! Nein, da ist so ein Schreien da. Ja, das gibt es doch nicht. Was tut ihr mit mir? Ich werde schon mal hier! Ich werde jetzt fünfmal auf dem Zelt auf dem Liede geschlagen haben. Ich werde jetzt schon fast hier. Genau! Ich bin schon... Ich kriege schon. Boah, da sind noch alle Kästen fast abgesperrt. Ich bin schon mal gesperrt. Aua! Fabi, geht's dir? Ja! Wer ist nacken auf meine Dorn? Wer ist nacken auf meine Dorn? Dann machen wir noch den Heal da hinter, wenn Fabi nicht dazu stoße. Ah! MAAAHHHHH! MAAAHHHHH! Woah fuck! Scheisse, meine Ulti ist noch nicht ready. Komm an rein! Wir warten jetzt dahinter bis die Heal-Ulti noch ready ist, dass wir noch einmal hochhealen können. Falls nicht abklingt halt. We got fucking lost around here! We got fucking lost! We got fucking lost! God damn it! You don't need to interrupt an ongoing investigation! Warten, 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 warten! Wir heilen zuerst. Wir waren da nur, oder? Ja, ja, ich mach. Aber es geht noch ein paar Sekunden warten. Jetzt ist voll. Jetzt müssen wir zerstören. Da kommt der Fette. Pass nicht auf, da kommt gleich rein. Da, da spritzen. Ja, ist gestanden. Da haben wir spritzen dabei. Gehen wir gleich in den Garage. Ja, ja. Die ist abgesperrt da, der Werk. Da ist auch noch spritzen. Mitnehmen, mitnehmen, spritzen. Das macht gleich auf. Okay. Oh, fuck! Dexter hatte. Oh, nice. Danke. So, der erste Generator ist gleich in dem Raum drin. Bestimmen wir gleich. Nice. Pass auf, das ist ja meine. Nein, da schreit so einer. Ich hasse die Typen, die so schreien, die so gestandet werden. So. 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 Ich werde da nicht... Du für einen K-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Nein! Nein! Du Hammer juckt mich die ganze Zeit aus dem Kastar. Ich bin mir nicht gerade zu spät gekommen. Ja, alles gut. Ich habe eine große Medizin. Ja, so können wir das schon machen irgendwie. Ja, wir müssen... Ich suche einen Generator. Siehst du, weißt du wo nicht? Nein, wir müssen es jetzt nur zweimal probieren. Vielleicht, wenn es nicht hinhaut. Boah! Fuck! Zwei Benzinken willst du? Ja, dann nimm gleich einen. Nein, nein, nein! Wie kann man das Stromding da... Ja, ich gehe nicht holen sonst. Hey! Fuck, ich bin hier! Ja, warte mal. Ich habe eine Spritze schon, dass ich die holen komme. Nein, du musst ihn noch nicht spritzen. Ich will nur aufhelfen. Ja, jetzt hier musst du spritzen. Nein! Er wird ja gerade gefinisht. Ja, wenn er gefinisht wird dann schon, ja. Ich habe ihn gerade weggetreten. Ah, ok. Ich hole ihn hoch. Ich habe ihn auf der Tür. Ich habe ihn auf der Tür. Schau, schau, schau. Da links gleich. Nein, 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 nein. Das ist die falsche Tür. Ahhhh! Hier da. Das ist die Tür. Ich kann gerade nicht. Nein! Nein, jetzt spring! Ich will mich in einem Kofferraum verstecken und dann springen. Ja, danke. Ja. Ja. Was? Es werden die sitzen hier im Kofferraum drin. Ja. Es werden die sitzen hier in dem Kofferraum drin. Da ist nochmal eine Spritze. Ich nehme nochmal eine mit. Dann habe ich zwei dabei. Scheiße. Oh man. Oh man. Nein, jetzt habe ich Psychose. Ah, ja. Ah, ja. Ja, ja. Ich habe Psychose. Du kriegst mich nicht. Komm, lass mich in Ruhe skinnen, man. Ah, fuck you. Ich glaube, wir haben den Tent. Ich habe noch Medizin dabei. Boah, wie ein Lack. Fuck, ich liege am Boden. Ich glaube, wir sind gefinischt. Ich habe den Generator gestartet. Ich habe zwei Spritzen dabei, sonst Fabi. Dann müsst ihr Fabi holen. Ja, ja. Wo ist er? Ja, wirst du gefinischt oder nicht? Okay, lass mich ruhig. Okay, komm. Achso. Come on. Oh, not down. 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 Okay, gleich weg. Ja. Ja, sie. Wo ist der letzte Generator? Ich weiß es nicht. Haben wir den am Start schon? Haben wir den am Start gestartet? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so ganz den Überblick, wo die Generatoren sind. Doch, der läuft schon. Der am Start. Ich habe den Knister versehentlich aufgenommen. Ich habe den Knister versehentlich aufgenommen. craig, die digitale Joy Staff. Ah, da ist er. Er hat die Berlin. Halt! Danke, Fabi. Okay, wieder geht's. Fuck, das ist so krass. Oh fuck! Wo müssen wir hin? Wo ist die Scheisstür? Ja, wo ist die Scheisstür? Ja, gar nicht. Ich glaube, er feilt jetzt noch einer. Der ist ja nicht so wichtig anscheinend. Ah, gut. Oh, danke. Danke. Kannst du noch mal einen Heal reinhauen? Ja, sofort, komm und zusammen. Achtung, da kommt der falsche Vivi. Komm mal jetzt mit dem. Irgendwann wird der Scheine schnetzeln. Oh weh, er rennt der Nachbar. Der Vivi hat's auf dich abgesehen. Ja, der ist extrem schnell. Hey, er hofft der Vivi zum Treten. Oh Gott, du Arschloch. Er ist immer noch da, ja. Ich mache jetzt die Punkte durchs Stierbe. Ich renne immer noch mit zwei Spritz rum. Ich renne immer noch mit zwei Sprachen. Du bädest nicht. Du bverständest nicht mehr mit zwei Sprachen. Du bist nicht das. Wird mir Hawke. Wird mir, es läuft. Ich höre dich, Gott. Oh no, Aua. Aua. Hast du ein Stück gefunden? Oh shit. Oh shit. Yes. 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 Ah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Haben wir das Brumme überhaupt für Schlüssel? Was hast du da? Jetzt haben wir mal ein Boxsteck bekommen. Ich brauche sie. Ich brauche sie. Du musst immer auf die blaue. Ah dann machen wir schon die Tür auf deine Rijk. Was welche wo? Dort, dort. Du bist gleich da angezogen! Pass auf! Na fuck you! Einmal ein Poster! Jungs, wenn wir noch zwei Poster finden würden, dann... Jaja, scheiß auf die Poster! Ah! Eis auf die Poster! Wir müssten das Level jetzt durchmachen! Wofwofwofwofwof Aber ich habe eine Psychose Da hat er kein Gegenmittel Ja, wo haben sie bei mir? Ah, und jetzt geht Jonas an die Falle ab! Ok, das weiß ich nicht Stern, Sternschlüssel, Brummo Bitte, helf mir an! Ich bin, ich bin im Verbluten Ist klar, ne? Oh, fuck, 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 na! 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 Jetzt ist vor mir ein Gitter zugegangen und ich habe mir den Wichser erwischt mit der Psychose-Spreize Ich bin auf dem Werk zu dir, Fabio, aber irgendwie finde ich ihn zu dir! Na, 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 mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Und ich habe den Sternschlüssel schon gefunden! Ich habe den Sternschlüssel schon gefunden! Oh, Fabio, weg, 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 weg! Oh, Fabio, weg, 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 weg! Ich werde eh wieder fallen, natürlich! Ja, du musst auf das Logo auf der Brust schauen! Ja, aber siehst du jetzt schon, was wir genau als brauchen? Ja, zwei Schlüssel wissen wir! Oh, das ist der Dominik J! Oh mein Gott! Aua! Dominik J! Ja, ich habe eine Psychose! Ich verrecke jetzt vielleicht auch gleich! Nein, jetzt bin ich schon wieder in so ein Gas-Ding hineingrennt! Naja, ich habe schon wieder Psychose! Lepp, wir könnten healen wir jetzt mal! Ja, bitte! War nice, danke! Ah, Slip! Okay, ich habe alle Posten gefunden! Ja, wow! Ja, wehe, es gibt da auch Bonus-EP, den entschuldigst dich gefälligst! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wo ist das Stern-Ding zum Öffnen? Schau die Leiche zuerst an! Dann wird so blau gescannt und dann sorgst du da, was für Zeichen das sind! Ihr habt ja... Ihr habt der Schlüssel! Woher soll ich wissen, ob ich den Hase insgesamt brauche oder nicht? Wir müssen zu der Natur zuerst laufen von dem Gleis entlang und die blauen Bildschirme abscannen! Ja, wir haben schon alle abscannt! Tablet hat das erst, was wir brauchen! Stern habe ich! Der Sternschlüssel habe ich! Ja, den haben wir ja alle! Komm! Hör mal auf! Was warten wir denn? Ich hab die Krone, ja! Er hat Peek! Hat sich irgendjemand gesehen, der hat Peek! Dominic! Was? Hast du nicht gesehen, du hast Peek! Nein, ich hab keine! Scheisse, jetzt bin ich ja komplett falsch gelaufen! Nein, ich hab keine! Vorne ein Tor ist offen! Nein, es ist da eine Tür zugegangen! Also fällt jetzt doch noch ein Schlüssel, oder wie? Sowieso schon! Ah, verdammte Scheisse! Ah, ich bin auf der falschen Seite! Ah, ich hab Stern, ne Peek! Aber wir machen auf jeden Fall das Tor auf! Ja! Ich renne runter! Hä? Achso, das ist der Erste in diesem Fall! Aber der Erste fehlt, ja? Ja! Ich bin nämlich schon hinter, weil die Todeszellerie ist schon offen! Geh gleich nicht raus! Ah, ja! Boah, der zieht das halbe Leben ab mit zwei Schlägen! Geh! 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 Boah, der jagt mich zum Beküren gehen! Ja, ich hoffe auch, dass er bei mir jetzt das Auto nicht auftut! Geh! Super! Zu früh aufgestanden! Mein Gott! Fuck! Ich bin ein fucking Peeklist! Endlich wieder eine Batterie! Ja, WTF! Ich hab dem komischen Giftgas-Typ jetzt eine Flasche ins Gesicht gehauen und er packt mich trotzdem und... ...verräuchert mich! Mann, ich find den Weg nicht! Ich seh dich nicht! Ja, er killt mich! Ah! Fuck! Danke! Wo ist denn da der Atmen? Das ist der Falsche, oder? Feuer bauen wir nicht an! Ah, fuck! Fuck! Das hat für mich ausgeschaut wie ein Peek! Ah ja, stimmt! Ja, danke, dass es denn sie ist! Spät ist! Was? Du? Der mit dem Beek liegt leider nicht ab! Ah ja, ja, ja! Okay, ich hab den letzten Schlüssel! Ja, ich muss zuerst mal zum Ersten kommen! Hey, jetzt mal wenn ich dort auch nicht laufen will! Ja, ja! Also, mach ihn auf und danach wird's niemand gleich! Was? Was? Ich hab's da offen? Aber ich werde die ganze Zeit verfolgt für irgendwelche Picher! Waaah, in überall! Und dir noch! Das ist nie Dreck-Sau! Aua! Hilfe! Ich lieg gleich sonst! Warte! Heal! 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 Ja, da kommt der Grosse! Ich bin gleich tot. Oh man, ich stirb gleich. Bars, du bist ja... Du wirst ja drei Viertel leben. Was hast du denn? Ja, ich habe nicht gesehen, dass du es gekillt hast. Ich habe keine Starmina mehr. Hebe niemanden auf. Ich stirb gleich. Okay, haben. Du kannst mich immer fleschern. So nicht, Feindchen. Haben wir jetzt als Opa, oder? Ja, eigentlich müssen wir nur noch einen schieben, oder? Ich glaube ja. Wow, jetzt habe ich wieder nur noch am Ball gekriegt. Warum kommt der Große die ganze Formel hinter mir da her? Wow, da fangen wir noch an. Oh mein Gott. Daher läuft man auch. Gut, der nächste. Fuck. Mach die Tür dazu, mach die Tür dazu. Nein! Okay, dann. Mein Gott. Ah, hier hat jemand einen Heal. Aktuell nicht ready. Ich habe noch einen Cooldown und noch ein bisschen. Liegst du? Nein, einen Heal habe ich nicht. Eine Spritze habe ich. Nein, jetzt kommt der schon wieder. Ich habe kein Starmina. Ich schiebe das Ding weiter. Ich habe ihn in der Kabine. Wenn er zu mir kommt, könnte ich schnell einen Heal anwerfen. Ich bin ein bisschen trapt. Ich bin tot, sobald mich jetzt einen anhütten. Aber ich habe meinen Arscher gelaufen. Oh nein, jetzt kriegt er mich. Aua! Aua! Ja, ich liege. Das ist von hinten. Oh fuck. Ich glaube, ich liege auch. Oh fuck. Oh fuck. Ah! Ah! Das ist mir jetzt auch nicht verkackt. Schaut aber sonst. Ich komme nicht weg. Ja, ich bin da. Der Simon wurde eingeklemmt. Lebt die Renntonnen auch, gell? Ja. Ja, ich sehe es. Ich finde die Sicherheit, Fabi. Da wird noch eine Spritze, Fabi. Zuck! Wo? Ich habe gewarnt. Ah, der Simon wird, glaube ich, gefinischt. Ja. Ich würde noch liegen zum Reviven. Und ich wüsste, wo die nächste ist. Ja, ich hätte zwei, wenn man mich revivet. Fuck! Du bist nicht der Gegner. Boah, fuck. Da kommt der ohne Typ da. Nein! Und der fett ich auch noch. Fabi, wenn du schnell bist, schaffst du es zu mir noch. Ja. Oh fuck. Oh, das wird knapp. Oh nein, hinter dir. Nein! Ah, scheiße. Ich bin hier hingerichtet. Vivi lebt schon, dass ich reviven kann. Hast du noch eine Spritze? Ja, ich habe eine Spritze. Ich habe zwei. Ihr Bono 200. Dann kommst du erst zu mir. Und danach kriegst du Vivi. Ich glaube, ich hätte einen Heal, wenn meine Cooldown nicht gleich. Ja. Ja. Bei meiner Leiche liegt auch noch eine Spritze. Ich hätte vielleicht... Ja, ich habe zwei Spritze. Dann auch killen wir gleich. Ja. Was ist mit mir? Ich habe zwei Spritze. Ich kann die holen. Wo ist der Simon? Ich gehe den Simon holen. Okay. Ich gehe den Simon holen. Oh, da kann der Typ... Oh! Und du stehst. Renn Simon, renn. Wir zwei können noch healen, Simon. Komm mit. Was? Ich bin's. Achso, jetzt bist du. Ja. Wieso? Wieso? Mein Gott. Jetzt müssen wir nur noch brutzeln. Ja, brutzeln und einer muss weg. Machen die Türen zu hinter euch? Ah, sorry. Machen die? Machen die die Gottverdammte Türen nicht zu? Verstandest du? Verstandest du? Oh Gott, da ist ein grosser, da ist ein grosser. Nein, warum mich? Warum geht nicht auf mich der Krüpple? Lockt weg, lockt nicht zu mir. Ja. Oh, Mann. Es ist hinter mir auch noch einer gekommen. Ich habe nicht... Ich kenne einfach irgendwo einen. Ich bin nicht geklemmt zwischen zwei der grosse und der... Elektro, ich bin schon unterwegs, bin schon unterwegs. Kannst du mich hin? Oh, nice, danke. Ich habe leider keinen cooldown mehr auf meinen Heal. Achso, zwei müssten sie einfach ablocken werden. Ja, ich habe ihn. Ok, brutzeln wir. Jawoll, das ist gut. Einmal alle durchziehen, durchziehen. Akuten. Türen durch. Ich gehe den Vivi mit mir umgeheben. Nein! Ich gehe den Vivi mit mir umgeheben. Oh, helft mir noch kurz. Hilfe! Nein! Fabi, kriege ich raus! No! Fuck! Der verfolgt mich nicht alle. Boah! Wie sieht das aus? Ich liege in der Garage, wo es rausgeht. Ja, ja, ja. Kann man gleich den Vivi holen? Oh weh! Oh weh! Der Dock, der Dock-Zick ist dahinter. Der Stichtang jetzt gleich ab. Oh weh! Oh weh! Scheisse! Na, komm kurz davor! Fuck! Nooo! Ok, lebt schon, dass du es rauskommst. Lebt schon, dass du es rauskommst, ja. Da sind zu viele Gegner. Ich brauche Hilfe von euch. Wir liegen alle drei. Wir sind alle drei tot jetzt. Boah! Lebt, da sind drei Gegner bei uns hinten. Wir werden gefinisht, also. Ich könnte noch einen Gegner gerüchen. Ich gehe in den Seafraum mal hinein. Hey, bei mir... Wir sind alle drei tot, oder? Ja. Ja, wir liegen. Ich gerüche noch. Soll ich einen von euch holen? Nein! Gehen du aus, dass du es schaffst. Ich werde gerade gefinisht. Ich habe kaum Leben. Dann brauchst du anderen den Liebenlicht noch oder so? Nein, nix. Nur eine Spritze. Und der Fette läuft gerade raus. Und der Fette läuft gerade raus. Schon, dass du irgendwie rauskommst. Nein, ich muss auch noch von euch gehen. Nein, jetzt nicht rennen. Ich kann rennen, wenn die Gegner kommen. Schon, dass er rauskommt? Nein, nein. Nein, aber das Dame ist der Sparer. Der Fette ist raus und der Elektroshocker ist gerade rausgelaufen. Ja, aber spar dir alles auf, dass du rennen kannst, notfalls. Etzer zum Beispiel. Und um eine Ecke, um Verstecke irgendwo. Da ist ein Security Room. Da steht drin. Da kannst du rein, oder? Ja, ja, ja. Du drehst dich sowieso schon immer aus. Was schon so tut. Weil ich Angst habe. Holy moly. Ich muss jetzt schauen, dass sie irgendwie zu euch kommen. Weil die zwei sind vorhin rausgelaufen. Ich glaube, die warten da draußen. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hat jemand von euch noch eine Spritze? Ich habe zwei, glaube ich. Oder eine. Eine habe ich Minimum und eine. Hast du mal entgegengerüchern, vielleicht irgendwie? Wir sind alle gefinisht. Boah, das ist jetzt aber echt spannend. Ja, der wartet da. Ja. Ich muss ja den anderen Weg nehmen. Wir rennen nicht so viel. Ja, aber ja. Und Achtung, der Lichtsensor da da. Er sollte dich nicht erwischen. Was ist, was macht der? Ich glaube, er ist rennt hier. Er macht die Tür zu. Renn durch, rennt durch. Er macht die Tür vor dir zu, die erwischt. Ja, okay. Okay, das ist jetzt mal eine gute Position jetzt. So, das ist jetzt eine gute Position. Da ist schon eine Spritze links. Und da, ja, ja, ja. Aber ich höre irgendeinen Gegner. Oh, weil der Cutter hinter dir. Ich bin gespannt jetzt. Echt jetzt? Boah, jetzt aber. Und gleich beide nochmal spritzen und gut geht's. Und dann da das Tor gleich rauf und raus. An der Heals hoffentlich. Ja, cool. Da muss ich glaube ich auch gelaufen sein. Warte, ich mach Heal. Kommen, kommen zusammen, kommen zusammen. Kommen zusammen, kommen zusammen. Komm zum Tor. Ja. Heal auf. Ja, so schaffen wir das. Ja, lässig. So ist gut, ja. Oh, da ist der Grote. Ach, der Typ, Gott, um mich. Warte, ich ford' erst mal mehr. Hol der Ding zurück. Der Kno... alter Ding, Leih. Hab ich, hab ich. So gut ist Leih zwischen dem Großen und dem Belegger und dem Turkel. Kommen, kommen. Oh, ich bin drin, ich bin drin. Ah. Oh, hey, das ist echt klar. Nicht zu dem, man zu. Jetzt nicht alle F-, aber